Herzlich Willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Wettigen Nachrichten. Wir schatten uns heute mit dem Reporter Lutzfischer Lamprecht. Für die Wettigen Nachrichten melde ich mich vom Bahnhofsareal Zwettigen. Laut Planung der SBB ist heute der letzte Tag, wo das Baden an Schienen und Weichen ersetzt werden. Die Auswirkungen sind auch die Wettigen zu spüren. Zum einen will die Sachen ausfallen, zum Beispiel der Regionalexpress auf Olten fährt heute nicht. Das andere ist, dass die ganzen Schienenfahrzeuge, die für den Bau notwendig sind, auch hier im Bahnhof stehen. Und auch wenn ihr hier die Schotterhaufen sehen könnt, wie die Wettigen am Bahnhof Platz ist. Wie gesagt, Lutz Lahnig von der SBB wird heute der letzte Tag für den Umbau arbeiten. Falls das anders sein soll, würden wir euch das sicher noch melden. und dann wird das andere Schenzeuge geben. Wir kommen die Wettigen nach Bratsch. Drei. 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 Vielen Dank.